Das war die beste Runde, Alter. Ja, dann, ja, wir spielen eine spaßige Runde, äh, 4 gegen 4 Arena Brawl, also gucken, was wir anrichten können, und uah, ich krieg schon von hinten eins aufs Maul. Und ja, man merkt schon, wenn man das klicken, das klicken hört man höchstwahrscheinlich bei mir, das ist, ja, so eine Art Markenzeichen, ähm, das ist, ist ziemlich viel geklicke, was ich hier hab, ja, und ja, Mann, die haben hier alle einen Healing-Totem. Ja, jetzt geht's los. Hier kriegen wir auch ganz schön damage ein, ich meine, ich weiß nicht, hier. Ja, du weißt schon, dass hier so ein Typ in der Ecke steht, der in deine Wand reinläuft. Ja, wir machen hier gerade so ein kleines 2 gegen 2 intern, hier, oder so. Ja. Die anderen battlen sich, wir battlen uns, ja, das ist hier so ein bisschen getrend. Ja, den haben wir jetzt aber, oder, wie gerade, nice. Ja, hab ich, wuuuuh. Hör, wie dieser Sander-Wortmann, der stand vorhin noch in der Lobby vor mir, also. Oh, ich krieg jetzt den Charme, oh. Ja, oh, wo ist er, wo ist er, äh, da. Oh, jetzt geht mir alle zu viel dafür, okay. Okay, ja, doch besser. Ja, ich war, äh, da drüben ist einer. Ja gut, hab ihn getroffen. Heilen wir erstmal schön. Wir stehen hier alle hier runter, alle zu mir. Hey, hier links, wo ist er? Und hier ist noch einer. Yeah. Und voll. Der Arme. Und ja, ich hab ihn. Ja, ne Viererrunde gewonnen. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei der nächsten. Also, bis gleich. Was denn wir anderen machen? Und hier sind wir wieder. Ja, wir sind hier wieder. Diesmal in der Zwei-Gegen-Zwei-Runde, weil uns Vier-Gegen-Vier zu lang gedauert hat. Aber wie man schon im Chat sieht, das hat auch aber viel zu lange gedauert. Also, ja, mal gucken. Das ist jetzt, äh, mit Rangliste. Ja. Um die Rangliste. Wir sind zwar nicht gerade ganz oben, aber naja, gucken wir, was wir hinkriegen. Mann, es ist so wie kalt bei mir. Oh, hier, hier, hier. Jetzt haben wir wieder einen Goldtypen und noch einen Goldtypen. Zwei Goldtypen. Aber einen Bohnenshield an. Ah, nee, hast du Öl da nicht, ne? Sorry. Oh, Gott. Also, die... Einer hat schwul Flame Breath. Ich bin ein Schaf. Und jetzt wird wieder gehackt, was das Zeug hält. Also, wirklich gehackt mit dem Schwert. Oh. Okay, gerade... Oh, fuck. Irgendwie ein schlechter Zeitpunkt, um, ähm... ... ihn mit einem Glideining anzugreifen, aber... Oh, Sven, was machst du denn gerade da vorne? Soll ich... Auf wen fokussen wir uns eigentlich? Auf diesen Typ mit der Roten? Auf den Roten hier gehen? Ja, nice, nice, nice. Aha, ich hab 50 geheilt. Hier. Ah, wirklich spinnen. Gülle! Äh. Okay, ich glaub, diese Runde haben wir. Oh. Das wird gleich noch was. Also, so, vielleicht. ... beim Fernsehsten. So kann ich es mir eben. Also, wessen Spinne ist jetzt... Ach, keine Ahnung. Oh, ich bin weg. Von einem Flame Breath gekillt worden. Jetzt, wo ist er, wo ist er, wo ist er, da unten? Das war die beste Runde. Große Anworte, komm, Mann! Äh, okay, äh. Oder auch nicht. Okay. Ja, dann, äh, bis zur nächsten Runde. Haha, gucken wir mal. Da sind wir wieder! Mit einer Taktik, anscheinend. Irgendwie von wegen oben bleiben, weil Sven hat... Er hat nämlich ganz viele Sachen hier freigeschafft, im Gegensatz zu mir. Ich hab in dieser Runde mal ein Healing-Totem dabei und... Ja, was ist denn unsere Taktik? Ja, weißt du, wir wollten einfach oben bleiben. Und wenn wir uns halt heilen wollen, ich hab so einen Golem voll, dadurch fliegen die, ähm, anderen weg. Dann heilen wir uns da einfach mal, versuchen das zumindest. Und gucken mal, ob's funktioniert. Was haben die denn? Oh, okay. Das sind die gleichen wie eben. Erst haben wir die Bones kaputt machen. Ich sehe keine Bones. Ach, nee, haben die auch gar nicht. Das stimmt. Okay, ja, dann scheint wohl hier der mit dieser Maske hier... Der Naruto scheint hier wohl unser Ziel zu sein. Heilen, heilen, heilen. Nice. Wow. Wow. Ich geb den Naruto drauf. Es wird gehackt. Ey, wir können ihn sogar besiegen. Nein! Fast. Ich hab'n fast, äh, die Healing-Power abweggenommen. Boat Charge. Guck mal. Hey, nice, wir haben nur Naruto fast. Komm. Der eine hier unten macht ne Barrikade, okay. Immer auf Naruto gehen, wenn's geht. Heilen, heilen, heilen. Komm, heilen, heilen. Oh, oh, das hast du gemacht. Nein, die heilen sich, oder? Heil dich, wenn's geht. Ja, die heilen, die heilen sich hier, oh Gott. Ah, Naruto hat jetzt auch inzwischen schon wieder... ...recht viel. Der Naruto. Ja, das ist so einer. Ah, ich bin vergiftet. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab's fast gesegnet. Ja, quasi. Und, da bin ich weg. Okay. Okay, Naruto heilt sich grad unten und du bekommst jetzt Besuch. Ja. Oh. Ich weiß nicht, ob die Daktik so wirklich funktioniert hat hier. War die gut? Oh. Wir haben fast gekriegt. Ich glaub, ich sollte mir mal was anderes für die Offensive reinnehmen. Oh. Ja, ungefähr genau so sieht Golem Fall aus. Weil das Ding vorhin fast auf mir drauf gelandet ist. Hm. Hm. Das ist eigentlich eine volle gute Idee. Ich glaub, wir machen auch mal diese Barrikaden-Taktik. Ja. Die Sache ist ja nur, dass ich irgendwie... ...dass ich persönlich ein sehr, sehr schlechter Spieler mit Barrikade bin. Das ist, äh, das ist im Grund der Fall. Wir müssen uns einfach irgendwie... Wir machen das genauso wie die da unten. Ja. Oder so. Wow. Nein, der hat uns gebracht, der Golem Fall. Nein, okay. Gut. Ja, okay. Ja. Das waren mal... Ja. Ja, ein schöner Reim von den Gegnern zum Schluss. Das waren jetzt mal drei etwas schönerer Runden. Ähm, war genau Brawl. Ja, und dann hoffe ich auch, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wenn ihr Vorschläge für irgendwelche Spiele habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Dann bedanke ich mich nochmal beim Sven. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Tschüss. das was mir geht. Tschüss. Das was mir geht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.